Sie ist gerade erst in Kraft getreten, die Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und schon werfen sich beide Seiten gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen. Die Feuerpause war nach zählen Verhandlungen in Moskau zustande gekommen. Russland, das die Einigung vermittelt hatte, sprach von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. Es ist vereinbart worden, dass die Waffen aus humanitären Gründen ab Samstag 12 Uhr Ortszeit ruhen, um Kriegsgefangene auszutauschen und tote Soldaten in die Heimat zu überführen. Dabei sollten sich die Kriegsparteien an die Vorschriften des Internationalen Roten Kreuzes halten. Der Konflikt um Bergkarabach und angrenzende Gebiete war Ende September wieder aufgeflammt. Seitdem gab es täglich heftige Gefechte, bei denen mehrere hundert Soldaten ums Leben kamen. Zudem sind tausende Menschen auf der Flucht. Die Kämpfe sind die heftigste Eskalation seit der Einigung auf einen Waffenstillstand 1994. Die Hoffnung war daher groß, die Spirale der Gewalt mit einer Feuerpause zu stoppen, wie hier in der aserbaidschanischen Stadt Barda. Wenn dieser Waffenstillstand halten könnte und der Konflikt beigelegt würde, dann wäre das gut, dann würden wir nicht noch mehr Soldaten verlieren. Die Region Bergkarabach wird heute von christlichen Armeniern bewohnt. Die Führung in Baku wirft dem Nachbarland Armenien vor, völkerrechtswidrig aserbaidschanisches Gebiet besetzt zu halten. Eine politische Lösung ist nicht in Sicht. Die Führung in Baku wirft dem Nachbarland Vielen Dank.